Weiß, Janis weiß vielleicht zwei Witze, wenn der da ist, aber wenn er besoffen ist, holt er sich Witze, er hat keine Ahnung von wo. Ach, so eine Arschritze oder so, keine Ahnung. Ach, deshalb hat's da so gestunken. Oh Gott. Sieh, meine Spitze geht kaputt, leck mich. Ähm, der nächste. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Pff. Hm. Oh Gott. Nachts ist es kälter als draußen. Was? Ja, nachts ist es kälter als draußen. Scheiße. Oh, warte mal, Deutschlehrer hat mir noch nicht so dumm erzählt. Ähm. Was, Deutschland, was? Mein Deutschlehrer. Ach so. Oh, warte mal kurz. Ähm. Berti! Hi. Der war auch so dumm. Was will ich mit nem Couplestone-Haus? Äh, drin schlafen, ne? Ja. Couplestone-Haus. Couplestone-Haus. Wow. Pff. Vitalität sind Dirt-Häuser. Pff. Linias Haus. Hehehe. 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 Geb dich mit dem zufrieden, was du hast, Juli. So! Wir brauchen mehr Pulverreißer. Nein. Ich brauch mehr... Halogen? Halogen. Okay, Patty, weiter geht's. Ach so. Ähm. Welches Insekt zählt immer bar? Was? Was? Welches Insekt zählt immer bar? Zahlt immer bar? Ach so. Keine Ahnung. Der Cashflow? Hehehe. Was ist das für ein Witz, Alter? Ein Flachwitz. Pizze Marks. Was ist daran flach, Alter? Der ist schon unter der Erdkruppe, Mann. Zwei Pilze im Bad halten sich. Sagt der eine, hallo. Da meint der andere, er hat's Maul. Pilze kann nicht sprechen. Warte, was? Nochmal? Zwei Pilze im Bad unterhalten sich. Ja. Sagt der eine, hallo. Da meint der andere, er hat's Maul. Pilze kann nicht sprechen. Das ist genauso, wie sitzen zwei Panzer im Kino. Kommt ein U-Boot rein. Sagt der eine Panzer zum anderen. Wie lächerlich, ein U-Boot im Kino. Ja, oder mit den Kühen. Mit dem Schraubenzieher, oder? Ne, mit den zwei strickenden Kühen. Hä? Ne, sie setzen zwei strickende Kühen auf eine Mauer. Fliegt dir auf, ne, was war's? Fliegt auf einmal ein Schwein vorbei. Sagt der, sagt der eine Kino zur anderen. Mensch, Sachen gibt's? Ja, ich kenn, ich kenn ihn so ähnlich. Perdi, siehst du Kühe? Das passt grad voll zum Tee. Ja, ich weiß. Nein, wir Schafe. Wir brauchen Kühe. Ich weiß, egal, die haben Schafe. Was? Wie stopft man vier Elefanten in einen Kleinwagen? Türe auf, Elefanten rein, Türe zu. Nein, vorne zwei, hinten zwei. Ja, ist das Gleiche. Nein. Möchtest du mal Nein sagen? Ja. Mein, mein, ja. Oh, der ist fies. Was? Ach, in dem Bedstone-Fernace. Was ist braun? Klopft an die Scheibe. Und klopft an die Scheibe. Weiß ich nicht. Mein Baby im Backofen. Oh, Gott. Alter. Lina kackt voll ab. Juli, sag mal bitte, dass du den Witz mit den Gurken kennst. Ja. Na gut, dann brauch ich den schon mal nicht vorlesen. Mit dem Rudel? Ja. Den kenn ich auch. Den kennt, den kennt, glaube ich, Lina. Wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Arsch. Ja. Der Witz ist so geil. Hä, den verstehe ich nicht. Der Wulff fliegt ein schwuler Adler. Zu seinem Horst. Ach so. Ihr seid so scheiße, ohne Spaß. Dankeschön, kann ich zurückgeben. Danke. Gute Zugang. Lina schriegt mir die Weite vor. Dankspaß, wenn dich alle lieb. Oh, ich erinnere die Farbe von meiner Maus. Boom. Einstellungen. Öffne durch. Ähm, ich habe gestern mal Weite vor... Oh Gott, das ist langweilig. Aber erst mal damit anfangen. Wow. Ha, ha, ha. Woran erkennt man... Ich lieg seit... Da geht so irgendwas, mache ich falsch. Ich lieg seit gestern in der Badewanne voll mit Pril, aber bis jetzt hat sich noch kein Fett gelöst. Oh Gott. Mein Gehirn tut weh. Wir können aus Zombie-Brain Leder machen, gell? Ey, Leute, wisst ihr, dass das Gehirn nicht mag, wenn es denken muss? das erklärt einiges in meinem gehirn nur was zugute müssen wir dumm sterben es tut so oder so dumm sterben also es ist auch nicht ein unterschied woran erkennt man die menschen woran erkennt man die männliche beziehungsweise weibliche schokolade an den nützen julie was das lachen ja nichts überschreiben wäre vielleicht ganz knorkel ich bin auch knorke ich mag das wort voll knorke duft und könne unsere rohstoffküche ist voll wundervoll dann mach ne neue bangerang jack o lanteren ich brauch erde juli ich brauch erde man hol dir ich weiß aber nicht von wo mama mhm darf ich jetzt keine erde nehmen aber es juckt mich jetzt mein leben nicht students block battle julies block battle blöde ist es kulte students block hat einfach mal über eine million abonnenten er hat mich gerade nicht je hoch war toll, gell? Mega! Nein, der muss woanders sein. Der muss da rein. Wir haben jetzt etwa 30 Gold. Warte, es passt. Warte, warte, nur? 30 Gold ist aber nicht viel. 30 Gold ist nicht viel. Ich weiß! Ja, es ist aber nicht viel, Jodi. Also überhaupt, weiter geht's. Leck mich. Du bist jetzt warum zuständig, nicht ich? Wir bauen auch mal eine zweite Rohstoffkiste. So ein Scheißdreck. Das ist jetzt einfach da rein, fertig. Nix. Doch, die auf der anderen Seite genau ging. Gibt's den Verweis. Disziplinar-Ausschluss. Das heißt bei uns einfach Diszi. Nein, das heißt Disziplinar-Ausschluss. Okay, so heißt es bei euch. Ja. Einfach die Erlösung. Oder so. Oh. Oh. Nein, da kommt ein Block hin. Böder Stein. Wow. Wir haben schon unsere ersten Echsen geschrieben. Voll toll, gell? Was haben wir hier geschrieben? Echsen-Gekunst. Was hat ihr geschrieben? Unsere ersten Echsen. Hä, wie eure ersten Echsen? Wir haben unsere ersten Echsen geschrieben. Okay. Ich bin.